Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei den Namisier-Tabletten. Ich bin euer Quatschkau und wir spielen FIFA 17 im Karriere-Modus. Ich suche immer noch ein DM. DM gesucht. Bitte melden. Abbrechen. Ich will ja eigentlich für Nährig irgendwie mal so einen richtigen Ersatz haben. Aber unsere Ziele sind gefährdet. Ich bin mir nicht sicher, wo wir zugreifen können. Wir haben ja hier eine Darstellung von wen, wer, wo, wie, was, wann. Wir lassen auch mal ein bisschen scouten. Wir könnten aber gleichzeitig schon mal versuchen, halbwegs Nägel mit Köpfen zu machen und zu sagen, wir würden 4 Millionen bieten. Ja, also meistens ist es so, dass sie wirklich wichtig für die erste Mannschaft, das wird nichts werden. Ähm, dass wir hier wirklich beobachten müssen und auch erstmal gucken müssen, wo geht das denn hier überhaupt hin, in welche Richtung. Ähm, wen haben wir denn noch? Das sind jetzt die mit Stammspieler-Qualität, aber da bin ich mir halt auch nicht so sicher, funktioniert das. Wir lassen es mal kurz auf uns wirken. Kanada will mich als der Nationaltrainer. Nee. Angebot akzeptiert. Für Rani Kadira bekommen wir aber für 500.000. Komm hier, Rani Kadira, der passt so halbwegs in unser Bild rein. Gehalt pro Woche. Will er 25.000. Länge will er sogar 4 Jahre. Rolle. Wichtiger Stammspieler. Das ist ja eine bessere Rolle, als er jetzt hat. Den haben wir ja wirklich, für 500.000 haben wir den geschossen. Also, quasi für lau. 7 Millionen? Nee. Ich glaube, dann bleiben wir bei Rani Kadira erstmal. Aber was mache ich mit dem restlichen Geld? Ich weiß es nicht. Wir haben dann noch 4, knappe 5 Millionen. Wir müssen aber auch nichts erzwingen, eigentlich. Wir könnten ihn mal gegen Hoffenheim testen und mal gucken. Okay. Bei Dudziak weiß nicht, was er will. Das will er mir damit sagen. So, und jetzt werden wir mal wieder die richtige Mannschaft aufstellen. Tut mir leid, dass er da so warten musste, in Anführungszeichen. Wir werden Van Bergen hier wieder einsetzen. Hier vorne kommt ein Jaichi rein. Henrichs kommt hier auf links. Nährich. Nee, Nährich werden wir jetzt nicht. Wir nehmen Kedira. Dann setzen ihn hier hin. Hidden Start kommt für Hortschuh. Subotar für Dias. Und hier, Groß hat gute Spiele gezeigt. Der bleibt drin. Also brauche ich aber auch noch einen IV. Ich brauche noch einen Innenverteidiger. Das ist mir gerade eingefallen. So, jetzt ist ein Innenverteidiger gesucht. Ein IV wird gesucht. Bitte melden. Duziag kommt auf links. Wen haben wir jetzt draußen gelassen? Buchtmann kann reinkommen für Nährich. Nährich ist jetzt so ein bisschen auf dem Abstellgleis. Aber nicht für immer. Denn Nährich ist ja immer noch ein super Ersatz. Nee, warte mal. Wir nehmen Nährich statt Buchtmann. Und für Brudersen holen wir dann Buchtmann. Unsere Katertiefe ist nicht sonderlich hoch. Sei es drum. So, probieren wir mal Kedira aus. Mal gucken, was er bringen kann. Braun gegen Blau kriege ich hin. Terodde wieder am Start. Eigentlich gut besetzt. Ah, kacke. Und C beim Gold. Ja, gut. Lief gut. Wir haben Heimspiel. Gott sei Dank. So, los geht's. Wir testen Rani Kedira gleich mal aus. Da ist er auch schon das erste Mal am Ball. So. Oh, Van Bergen hat da grandios den Ball vorbeigesetzt. Jeden Start gut gemacht. Abseits vor A. Mihaichi stand da doof. Also, was heißt doof? Er stand natürlich da eigentlich auch genau richtig, aber... Au. Au. Au, au. Super. Nicht richtig wegbekommen den Ball. Alles easy. Alles gut. Kedira. Meduziak zusammen. Das war nix. Auch, dass da noch jemand reingerauscht ist. Einwurf. Subotar im Zusammenspiel mit Van Bergen. Subotar, immer noch Subotar. Oh, Van Bergen. Schöne Möglichkeit. Okay. Jetzt muss man aufpassen ein bisschen. Kedira dabei. Gut gemacht. Von Kedira. Und... Schöner Abschluss von Tirolde. Leider nicht von Erfolg gekrönt. Hätte ich ihn gegönnt. Oh, verarscht. Oh, verarscht. Oh, oh. Oh. Oh, Svila. Schön gerettet. Habe ich schon gesehen, dass er da unten durchkommt. Aua. Da war einer ein bisschen zweikampfsteiger als ich. Ganz schön mutig hier, den Ball so offen zu lassen. Foul von Henrichs an Rupp. So, Ball rausgespielt hier. Genau richtig gemacht. So, jetzt haben wir eigentlich eine Kontersituation. Oh. Vollkommen von den Beinen geholt hier. Schär, gerade als ich den Ball weiterleiten wollte. Das gibt dann eine Karte. Ganz klare gelbe Karte hier. Ja, das war nicht so gut von ihm. Ach, den Ball wieder raus. Na gut, dann bleibe ich halt hier im Ballbesitz. Ach, Mist. Groß wieder mit dabei. Und oh. Was ein Schuss von Luciak. Schön gemacht. Sehr schön. Aber dann doch knapp vorbei. Ah, leider nicht funktioniert hier. So, hier ist der Ball rausgespielt worden. Groß hat den nicht bekommen. Khedira. Weitergeleitet von Bergen. So, hier ist er weitergespielt worden. Oh. Das war ein bisschen eigenartig von dem Torwart gespielt. Oh, schöne Rettungsaktion hier. Super. Aufgehalten worden, aber nicht entscheidend. Oh. Nein, Eigentor. Eigentor. Oh no. Und dann das so kurz vor Ende. Ich glaube, groß war es. Hier. Den eigenen Torwart überlistet. Ja, groß mit dem Eigentor. Jetzt können wir eigentlich in die Pause gehen. Eigentlich passt das besser, wenn wir jetzt in die Pause gehen würden. Aber. Hier soll noch gespielt werden. Süle. Den Ball rausgebracht. Ecke. Letzte Aktion hier in der Pausenzeit. Oh. Ah. Nein. Van Bergen. Ah, das ist schön gemacht. Kann man nicht sagen. So, wir liegen zurück. Gegen Hoffenheim. Nach einem Eigentor von Groß. Da muss der Junge dran wachsen. Der ist noch so jung. Eigengewächs. Aus unserem Verein. Da muss er durch. So, Cher halt vorbelastet mit seiner gelben Karte. Groß erweist sich immer wieder als wichtig, wenn es darum geht, den Ball zu verteilen. Sodass man da auch gar nicht böse sein kann, wenn es denn eben mal nicht läuft. Ja, da war dann nicht mehr viel zu retten. Schon gut. Hier auch wieder. Groß ist schon ein wichtiger Punkt der Mannschaft. Müsste eigentlich ein Foul sein. Jawohl. Und Terodde. Jawohl. Schön durchgespielt. Terodde macht es hier. 1 zu 1. Schöner Spielzug. Schön weitergeleitet. Von wem weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall alles wunderbar funktioniert. Terodde gleicht aus. Und gar nicht mal unverdient. Ich finde, wir sind hier ein bisschen druckvoller am Ball. Und auch wenn es darum geht, die Möglichkeiten hier rauszuholen. Wir müssen natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein. Ist klar. Henrys mit Duziak. Da war ein bisschen Kontakt in der Mitte im Spiel. Hat nur keinen interessiert. Oh, mein Controller ausgefallen gerade. Mal eine neue Verbindung suchen. Na, gucken wir mal, ob er anbleibt. Oder ob der Akku einfach schwach wird. Wir müssen mal gucken. Wir schauen gleich mal. Vielleicht hat er jetzt einfach nur mal die Verbindung verloren. Dann ist das ja auch nicht so schlimm. Ist jetzt nur ein ungünstiger Zeitpunkt. Prost. Zwieler schlägt den Ball raus. Vollkommen in Ordnung. Wenn der Ball rausgeht. Zwieler greift ein. Wir müssen gleich auch mal gucken, inwiefern wir wechseln müssen. So, Subota klärt den Ball da raus. Der Ball geht auch ins Aus. Da rennt keiner mehr hinterher. Kommt auch keiner mehr ran. So, auf der linken Seite sind unsere Spieler ein bisschen müde. Und Miyai-Chi auch hier mit einem Fehler. Der normalerweise ihm nicht so schnell passiert. Ja, und Ecke. Gut, wir müssen wirklich mal gucken. Hier sind einige doch schon am... Okay, alles klar. Ich muss dann doch mal hier den Controller anschließen am Strom. Jetzt haben wir ihn anscheinend dann doch mal geschafft. Klicks, dran am Strom und gleich wieder an. So. Ah, den Controller muss ich gerade fangen. Kleinen Moment, geht gleich weiter. So, müsste eigentlich so funktionieren. Sag, da ist nicht. Ich will nur einen haben. Nein, ich will die Änderung nicht fortführen. Ich will keine zwei. Nein, ich will nicht zwei. Ach, ich will mich jetzt natzen. So, jetzt. Hoffe ich. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Nichtsdestotrotz, wir wollten auch wechseln. Habe ich gesagt. Subota ist ein bisschen durch. Dafür holen wir Dias. Ähm, die... Ne, hier stimmt jetzt gerade irgendwas mit meinen ganzen Dingens nicht. Ähm, Einstellungen. Wir probieren es gleich noch mal. Kleinen Moment. Ach, alles wird gut. Technik will gerade nicht so, wie wir wollen. So, jetzt versuchen wir noch mal den Controller noch mal zu verbinden. Eigentlich immer ein sehr, sehr guter Controller, den ich bisher hier hatte. Den Xbox One Controller. Kann ich echt nichts gegen sagen. So, und jetzt bringen wir hier noch das Ladekabel dran. Okay, wir nehmen das Ladekabel wieder ab und versuchen uns noch mal so durch die Halbzeit zu quälen. Alles für euch. Alles für den Dackel. Alles für den Club. Jetzt muss der Controller sich erstmal wieder neu verbinden. Ich frage mich, wieso er überhaupt zwei dazu fügt, weil es ist ja nur einer. Aber wartet mal. Ich kenne da einen guten Trick. Ne, esse. Umstecken am PC. Alles mögliche machen. Alles für euch. So eine technischen Hindernisse werden uns nicht aufhalten. Und schwirre. Dauert nur ein Müh, das wieder zu verbinden, wie es sein soll. Hmm. Also müsste gleich soweit sein, zumindest. Ne, will er auch nicht. Jetzt versuchen wir es noch mal ganz anders. Boah, dass diese Folge dann jetzt so nervig wird durch dieses Hin und Her gestöpselt, tut mir natürlich echt für euch leid. Da scheint aber jetzt auch irgendwo FIFA nicht ganz sauber konfiguriert zu sein. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. So, wir bringen jetzt Dias hier rein. Wir bringen Nährich rein. Den Rest lassen wir noch ganz gut so. Wobei, Miaichi, da würde ich ganz gerne Weber drin sehen. So, ich hoffe, es funktioniert jetzt. Kannst natürlich nicht versprechen, dass das hält. Na, das war jetzt nicht die beste Taktik, die ich hatte. So, mit Dias auf der Seite. Kein Problem, so ein Flitzer. Weber. Noch. Mal mit so einem Fernschuss aus der... Ferne. Hätte ich mir gedacht, da könnten wir vielleicht ein bisschen was besser machen, aber nee. Groß hier wieder. Gut geklärt. So, Ball raus. Ah, wäre ich da mit Dias richtig rangekommen, dann wäre hier Polen offen. Auch hier gut gemacht. Nicht so gut gemacht, aber eh vorbei. Auch sehr spitzer Winkel. So, die stehen sehr weit vorne. Nur ein bisschen aufpassen, dass wir hier uns nicht verarschen lassen von denen. Weil wir da gerade drauf zurollen. Das hier verarschen zu lassen. So. So. So, von Bergen. Beber. Oh. Ey. Oh. Mist. Dass wir da nicht richtig durchgekommen sind, ist ärgerlich. Mehr als ärgerlich sogar. Aber echt, die sind ja auch schon, die Pfeifen hier schon aus dem letzten Loch. Groß, wieder nicht gerade souverän. Nee, noch nicht. Ecke. Das ist vieler. Das wäre echt krass geworden jetzt. Nicht da durchgekommen wäre auf irgendeine Art und Weise. Zwei Minuten Nachspielzeit. Nee, drei Minuten Nachspielzeit. Wird doch nicht so richtig angezeigt. So, jeden Start. Gut gemacht. Guter Einsatz. Aber vorbei. Gut. Sei es drum. 1-1. Trotzdem schönes Ergebnis, auch wenn es uns nicht weiterhilft in der Tabelle. Aber mit Khedira bin ich durchaus zufrieden. Der kann bestimmt noch einiges bringen. Müssen wir mal im Auge behalten, wie er sich schlägt. Vielen Dank erstmal, dass ihr eingeschaltet habt. Bald ist Transferfenster Ende. Wir brauchen noch ein IV. Wie gesagt, ein IV ist noch gesucht. Ich danke euch erstmal fürs Zusehen. Sorry für den kleinen Hänger zwischendrin mit dem Gamepad. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Euer Quatschgesagt. Bis dahin. Haut rein. Ciao.